Nächster Redner ist der Volksanwalt Peter Fichtenbauer. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Herr Präsidenten der Höchstgerichte, sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes und jetzt habe ich sicher, wenn vergessen, sehr geehrte Damen und Herren Festgäste. Also ich liebe den Hinweis auf den bellenden Hund, weil ich Hunde sowieso liebe und ich zuständig für Tierschutz bin. Also wir schließen immer eine Klammer von den Abstrakten zu den konkreten Sachverhalten. Festakte, wie es der heutige ist, also das 40-jährige Bestehen der österreichischen Volksanwaltschaft, veranlassen natürlich stolz auf die eigene Institution, aber gebieten auch Bescheidenheit, Ausrespekt vor dem Amt, in welches man gewählt worden ist. Der Begriff oder für den Begriff der Bescheidenheit hat der heilige Bernhard von Clairvaux eine mich äußerst faszinierende Definition gefunden, nämlich Contemptio propriae exzellentiae, zu Deutsch die Verachtung der eigenen Vortrefflichkeit. Die intellektuelle Brillanz dieses Gedankenganges lässt einen natürlich aber auch zögern, ob man den Gedankengang für sein eigenes Werk anwenden und rezipieren dürfte, da doch ein nicht zu leugnendes Quantum von Hochmut dem Satz inne wohnt, weil Vortrefflichkeit mit dem offenbar nicht wirklich ernst gemeinten Begriff der Verachtung einhergeht in dem Satz. Gebrauchen wir ihn aber dennoch als Begriffsbild für den kurzen Pfad der Ausleuchtung für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft, so wie ich sie Ihnen ein klein bisschen darbieten möchte. Wir spüren also auf juristisch höchstwertiger Ebene aufgrund von nahezu 20.000 Individualbeschwerden pro Jahr allfälligen Missständen der Verwaltung nach und greifen auch von Amts wegen, also ohne Individualbeschwerde, bekannt gewordene Missstände auf und prüfen im Wege unserer Obkart-Kommissionen durch ca. 500 Besucher pro Jahr an Orten unfreiwilligen Aufenthaltes menschenrechtliche Gegebenheiten. Ich darf auf die Ausführungen meiner beiden Vorredner verweisen. Die von uns nun vermutete Vortrefflichkeit der Erfüllung unseres Verfassungsauftrages wird aber gezügelt, eingeschränkt durch bislang vorenthaltene Kompetenzen, die wir uns heute als Geburtstagswunsch sozusagen ein bisschen darbieten dürfen und Ihnen präsentieren dürfen. Die Mitglieder des Volksanwaltschaftsausschusses, die heute hier sind, kennen das Thema schon. Also nachzuholende Maßnahmen, die der Gesetzgeber gewähren sollte, um weiße Flecken auf der Landkarte der Rechtsstaatlichkeit und seiner Kontrollinstrumente zu beseitigen. Ich darf drei Punkte herausnehmen, darf Sie mit drei Punkten konfrontieren. Erstens, Thema der Polizeiausbildung. Ich beginne also mit diesem harmlosen Anliegen. Die unverzichtbare persönliche Präsenz des Rechtsstaates gegenüber den Bürgern ist die Polizei. Die Sicherheit erzeugt und das staatliche Gewaltmonopol verkörpert. Aus vielfältigen Wahrnehmungen der Volksanwaltschaft hingegen ist festzuhalten, dass bislang in der Polizeiausbildung die Einrichtung der Volksanwaltschaft entweder überhaupt nicht dargeboten wird, unbekannt ist oder nur äußerst rudimentär zur Kenntnis gebracht wird. Es ist aber festzuhalten, dass das Bundesministerium für Inneres erste Schritte in der Ausbildung auf Polizeiakademien nun begonnen hat und Mitglieder der Volksanwaltschaft als Vortragende eingeladen worden sind. Aber es ist kein wirklich unbescheidener Wunsch, dass das gesetzlich verankert wird. Das kann nicht sein, dass ein Polizist von dem verfassungsmäßigen Instrumentarien des Landes teilweise keine Ahnung hat. Zweiter Punkt, Kompetenzerweiterung. Die Volksanwaltschaft ist, so wie der Rechnungshof, ein Instrument des Parlaments, Zweckskontrolle der Vollziehung. Große Teile der Vollziehung sind seit Jahrzehnten ausgegliedert in privatrechtliche Rechtsträger, des Privates und Gesellschaftsrechts, Stichwort ÖBB, ASFINAG und andere. Wir würden von 150 ausgegliederten Rechtsträgern sprechen. Der Rechnungshof besitzt die Kompetenz zur Prüfung ausgegliedrter Gesellschaften, an denen die öffentliche Hand zumindest 50 Prozent beteiligt ist, nicht aber die Volksanwaltschaft. Die damit verbundene Kontrolllücke ist evident und braucht nicht näher ausgeführt werden. Der bescheidene Geburtstagswunsch lautet, dass die Volksanwaltschaft gleichermaßen wie der Rechnungshof diese Kontrollkompetenz erhält. Das wäre ein sehr einfaches gesetzliches Ergebnis einer kurzen Gedankenanstrengung des Gesetzgebers. Die Vorarbeiten sind schon geleistet. Es bedarf nur des Mutes. Heute wäre ein guter Tag. Neubeginn, habe ich gehört. Jetzt, Herr Bundespräsident, bei Ihnen kommt die Regierungsspitze und erzählt Ihnen, was Sie Neues ausgedacht hat. Vielleicht könnte man das anhängen. Aber wir sind unbequem. Das Epitheton von Kreisky gilt uneingeschränkt. Unbequemlichkeit ist das Prinzip unseres Handelns. Aber zum ernsten abschließenden Teil. Es handelt sich um chronisch kranke Kinder im Schulsystem. Wir dürfen bitte unsere Augen vor der Phänomenologie der chronisch kranken Kinder im Schulsystem nicht verschließen. In Kooperation mit dem Nationalratspräsidenten Ingenieur Hofer hat die Volksanwaltschaft im Jahr 2015 ein äußerst hochwertiges Symposium durchgeführt, in welchen die wesentlichen medizinischen und juristischen Belange analysiert worden sind. Es wurde dieses Büchlein produziert. Jeder, der es wünscht, kann es haben. Es ist auch allen Parlamentariern übersendet worden. Wir sprechen von ca. 190.000 betroffenen Schulkindern, die chronisch kranken Erkrankungen leiden. Also es beginnt Diabetes, Epilepsie, Asthma etc. Ich kann die ganzen kranken Epistel gar nicht aufzählen. Die notwendigen Maßnahmen für die Absicherung der Kinder, der Eltern und der Lehrer sind bitte geboten und werden von uns wirklich eingemahnt. Detailausführungen sind mir aus Zeitgründen natürlich jetzt verwehrt. Aber ich verweise nochmals auf die von mir vorgewiesene Schrift. Kurz zusammengefasst kann ich Ihnen aber einige Thesen nicht vorenthalten und halte fest, krankheitsbetroffen und leidbetroffen sind die Kinder, nicht die Lehrer. Belastungsbetroffen sind in abgestufter Gewichtung die Lehrer in den betroffenen Schulklassen. Uneingeschränkt belastungsbetroffen natürlich sind die Eltern. Legistisch scheinen folgende Maßnahmen in aller Kürze dringlichst geboten. Erstens. Einführung von medizinischen Ausbildungsmodulen in den Lehrerakademien, pädagogischen Akademien, damit Grundsätze des Phänomens der jeweiligen Krankheiten kenntnismäßig vermittelt werden. Zur Vermeidung von Befürchtungen von Lehrern, dass sie durch Hilfeleistungen, dass sie durch medizinische Laien sind, Hilfeleistungen in medizinischer Hinsicht für die Kinder in persönliche Haftungen gezogen werden könnten, muss für solche Fälle die Amtshaftung eingeführt werden, sodass die allfällige persönliche Haftung entfällt. Ein großer Schritt, dann wird wahrscheinlich ein Aha durch die Lehrerschaft gehen, kann eigentlich nichts passieren. Erforderlich ist die Einführung eines in anderen Ländern durchaus bekannten Systems des School Nursing. Also bereitstehendes, präsentes Personal von Ärzten, Ärztinnen und vor allem durch Ausprägung von in den Regionen bereitzustellenden Sozial- und Gesundheitsdiensten, die also den erforderlichen Betreuungsbedarf für die Schulen präsent sicherstellen. Es ist was los und ich kann nur Alarm schlagen und in einer Minute ist Hilfe. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich hier über das Bohren harter Bretter gesprochen habe, aber das Thema ist zu bedeutend, zu wichtig und wir können keine Sonntagsreden abfeiern, wo wir unseren Sozialstaat feiern und klammern dieses Phänomen aus. Das ist nicht akzeptabel. Zum Schluss, unterschiedlich vom Satz des heiligen Bernhard von Clairvaux, nehmen wir natürlich keine Vortrefflichkeit in Anspruch, sondern wir tun das Werk von Menschen für Menschen. Im Rahmen des österreichischen Verfassungssystems darf aber jedenfalls gewürdigt werden, dass durch die Schaffung der Volksanwaltschaft vor 40 Jahren einer trefflichen Ausgestaltung des demokratischen Prinzips genüge getan worden ist, nämlich, dass es keinen kontrollfreien Raum in der Vollziehung der staatlichen Rechtsordnung gibt. Danke vielmals. Die Volksanwaltschaft sei ein Instrument des Parlaments zur Kontrolle, betont Volksanwalt Peter Fichtenbauer. Er wünsche sich zum Jubiläum mehr Kontrollkompetenz sowie der Rechtungshof.